ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen live stream mit dem cj und dem trago basler und ja wir spielen wieder geht das andreas ich habe es jetzt besser hingekriegt mit der steuerung die war halt einfach nicht gut angestellt für moderne pcs und ja ich hoffe ich kann es auch in vice city machen ich habe ja vice city auch noch ein bisschen angeschaut genau ich wollte noch missionen machen ok jetzt mal kurz man hat immer waffen in der hand muss schieben so jetzt schauen wir mal tagging das spiel so spockt sorry ich habe es gar nicht gemerkt ja jetzt geht's ok so ein nervenzäge mit diesen verschiedenen game instanzen ist wahrscheinlich damals normal gewesen aber wenn man ins game geht einstellt raus geht wieder rein geht ist das beet wieder weg ok also haben wir einfach neu gestartet das game ist leider wieder weg deshalb muss ich leider vollbildmodus nehmen naja ist ja nicht so schlimm ist ja eigentlich ganz normal ok ja damals war irgendwie die steuerung viel besser ich weiß noch auf der ps2 hatte ich nie problem also ich hatte das game eigentlich immer direkt auf dem pc aber die steuerung war besser ähm ich hatte davor natürlich das auf der playstation 2 von kollegen gespielt und da war die steuerung eigentlich auch sehr gut ja ich habe gerade die steuerung komplett um ändern müssen genau das ist die strengtaste die strengtaste wo ah was ist das jetzt ah kolassen jetzt geht's ok gut da kommt die kammer nicht so viele sensibilität hallo steigt doch ein so wir haben auch auf die schultertaste die gas geben tasten so äh bremsen sehr wichtig gewesen weil sonst hätte ich da niemals irgendwie ja ich habe immer wieder gemerkt welch etwas da ist aber genau gibt es hier jetzt der gängste ich glaube in dieser mission ab dieser mission kommen wir sehr viel Geld rüber nein sie haben das gefixt also damals war es so ich muss vielleicht die 0 0 1 1 oder so ein installieren oder 0 0 nein ich glaube 0 1 jetzt ja ja ich habe es doch mal wieder mit den sehr guten patches ja direkt genau das muss man hier auch kurz die hier ist zielen ähm das sollte man eigentlich mit der dose machen aber das nützt nicht so viel ähm ja deshalb zielen ziehen ziehen ja das ist doch schwer als ich gedacht habe mit der steuerung wenn die steuerung natürlich ganz anders ist als in den spielen das ist doch schön nein nichts stopp ja das weiß ich jetzt kann das wissen fertig ja 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 ich glaube die Dinge sind trotzdem noch an ich hoffe das geht schnell genug Die können, habe ich ja das letzte Mal, weil sie die gesehen, so von allen rausziehen, das ist nicht so toll. Danke schön. Ey, Auto fahrt, ich bin. So, Ähm, Eingewöhnung ist in dem Spiel, was man eigentlich nicht klarlose aufschmeißen. Moustache. Was ist Ketchup? Okay. Ketchup. Genau, ähm, machen wir direkt die nächste Mission. Ja, die Sprühdose ist hier. Ähm, na, Token raus. Bitte war es so schön, ich war lange Zeit draußen. Sport machen. Okay, Tap. Lange Tap. Okay, da sind, deswegen der Border. Damit man nicht über die Brücken geht. Ey. Ich verstehe. So, klingt gut. Ey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell Ye and ruin the place. No crack ever made a gang type. I don't know, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies' hustles, sweet. Marks ain't soldiers. They idiots trying to beat businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the bottles are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Yeah. Like the old days. Okay. Yeah, yeah, you right. But you and Ryder go ahead of your business. Man, they have slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen beat up? Nah. But him and the homeboy beard? They good to have on our side. Oh, big beard? Yeah. Them bass-langers gonna be sorry, man. What is that? Hmm. Big beard, big beard. Big beard, big beard. Was war jetzt? Gut, haben wir eine Waffe. Weil die Mission ist halt auch leichter mit Fernkampfwaffen. Hier ist... Oh. Ziemlich nervig, wenn man es noch nicht so anvisieren kann. Also, wow. Der Gegner jetzt mal bei dir ist. Recht nervig. Hey, slow down fool. You don't even know what story it is. Whatever, man. This is it? Yeah, this is it right here. Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this is it. Open up! Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big beard, come check this fool. Hey, beard. The big beard, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or what? Okay. The big beard, give a fuck about it smoking and keeping my house clean. Ain't that right, big beard? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spa. Oh, no, man. Man. Beard, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you. Hm. Hey. It's just fucked up. I see what you mean now, man. If Crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope things and droog addicts everywhere in this city. It's me all. Look like it's up to us, then. Let's just cruise through the hood and find us some others up. There's something in the way. Someone, of course, does Crack deal. And that's what we have to do now. And that's what we have to do now. Okay. There is a star that is collected. The final thing we need. Oh, there is. There isn't any more. Right. Embolism. Mm. Okay. Okay. Ich bin mir beim Gamepad in der Kopfdreffel. Was ist der Battlebeater? Niiiich Sie müssen immer bohlen, jedem Spiel bohlen Nein, nein, ja Verdammt, dieser Polner Jetzt steig ich Aber ich kann noch gut stehlen Na, der Säge Hitshot gemacht Automatisch Hitshot Da hatte die Sterne Oh Gott, wie schnell die sind Die war Power Nein Na klar Die Kiegel Und mit einem blöden Reifenschein Jaja Reifen weg Also, vibriert recht Scheinbar war damals der Reifen mehr kaputt war Also der Reifen weg Und das vibriert irgendwie noch Sind GTA 5 auch nicht mehr So Nice Die Mission war leicht Also Die war damals Ja, wo man einfach das Spiel gespielt hat Jetzt nicht so die Vorbereitung gemacht hat Ich glaube stärker beim ersten Mal sicher Ähm Die war schwerer, weil Ja, wo man einfach diesen Bassbett nicht so benutzen konnte Den Zeichen mir vorgestellt hat Weil ähm Die Schläge müssen abgetimt werden Ja, man Shit Hey, was going on? Man, cannot live on bread alone I know I tried that shit Karl, you look a little thin, man You gotta be hungry, man Yeah, I could eat Know what you fools trying to eat What about some tacos? Tacos? Again? Hell nah Chicken, man No discussion Man, I don't want no chicken Karl, you dry Smoke looks like he gonna pass out Okay Okay Ähm Ist das die Schießlernmissung? Der eine hängt da und irgendwie komisch Hey Hey I'll take a number nine Fat boy Gimme a number nine Just like his Uh Let me get a number six With extra dip I'll have two number nines A number nine large A number six with extra dip A number seven Two number forty fives One with cheese And a large so Okay The kitchen Is Santa there Hey Sorry Memes You know I gotta know about mom Don't cheat a cemetery as I'm just trying not to think about her I mean I didn't even know she was hit until it was all over Yeah, right, 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 let's eat Hey, don't we got beef around here? We been getting into it with these fools I can't stand cold food Unlike you I ain't never ate from a trash can Oh shit Oh shit Trash can bitch Pass him my food Hey, hey, look Kilo Trey scoping us out Damn, Rydy you a jinx Shit, them motherfuckers headed to the hood Oh yeah Holy shit Okay, that's the end of the night Oh yeah Oh yeah Wie, wie in Heid das Halt, oder so? Wie geht's? Das hängt, ich seh nichts. Ja. Ja, ich weiß, aber... Cheez, gleich. Ja, machen wir. Gut, gekannt. Ne, kein, von innen weg. Coolen. Also geht hier ohne einen Arme wieder reinlaufen, immer schön abbiegen ohne zu schauen. Kein Mann, alles geht hier. Kein Mann, alles geht hier. Aber schön, die Mission war auch ziemlich leicht. Ich hatte die immer schwer in Erinnerung, wahrscheinlich wegen alten Limitierungen. Ich weiß noch damals, dass ich geflogen bin im Flugzeug und so die Wolken weiter oben. Die haben immer geleckt, aus irgendwelchen Gründen. Keine Shade Grafikkarte gehabt. Das waren wahrscheinlich so die ersten Vorläufe der Shade und deshalb sehr performancelastig. Sonst habe ich ja einfach immer die 30 FPS gehabt, die das Spiel hat gebraucht. Ja, jetzt bringen wir wieder den Big Smoke in sein Haus. Und ich schau mal, was ich da mal mache. Es ist halt noch Fasnacht, Karneval. Es ist jetzt noch nicht so viel los wieder. Tschüss. Ich tue jetzt einfach nicht so viel live streamen, wenn ich nicht so gesund bin. Und jetzt auch nicht so viel Zuschauer muss ich jetzt auch nicht immer die ganze Zeit live streamen. Weil ich musste auch noch fahren auf die Tiarula Play. Okay. Das sollte eigentlich in zwei Tagen ungefähr starten. Hoffentlich. Das ist gut. Ich habe es auch gemacht. Okay. Und das nächste Mal. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Aber auf jeden Fall habe ich etwas, was mir nicht so nervt mit der Störung. Das ist jetzt echt nicht gerade so gut für mich geeignet. Ähm, ich könnte schon... Hm. Okay. Äh, ich spiele... Ich könnte schon Rechnung spielen eigentlich, aber... Hättet Ringe Online, würde ich ja auch mal wieder weiterspielen. Hm. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich bin momentan echt ein bisschen zu mitt für manche. Zum Beispiel Boerhelm, man muss sich halt auch recht viel einstellen denken. Ja, ich muss mich jetzt entscheiden. Also Godic Dev mal anschauen. Sculptippe. Parson. XZ Spy Nachrichten. Ich stelle das noch mehr ein. Das habe ich jetzt noch nicht eingestellt. Ähm, ja. Das ist leichter. Vielleicht ein Action-Rundspiel oder so. Hm. Hm. Sind ja vier Spiele jetzt momentan eigentlich nicht so motivierend, weil keine Season ist oder so. Äh, ich weiß nicht, ob ich Diablo 2 spielen werde in der Letter. Ja, ja. Manches nervt halt mir. Und eine neue Version Resurrected. Ja, ich weiß echt nicht, was ich spielen soll. Äh. 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 mal kurz ein bisschen ausprobiert. Ja, aber das Fenster ist nicht so richtig. Ich muss das Fenster noch ein bisschen anpassen. Die Musik ist ein bisschen zu laut. Ja, nicht speichern. Ja, nicht speichern. Option. Ach komm. Geh weg. Nein. Nicht save. Geh weg. So. So. Okay. Jetzt. Äh. Äh. Ja. Volumen. So. Quality. Wo haben wir jetzt das mit dem... Das ist leider bei euch ein bisschen zweig links und wenn ich das weg mache, geht's weg. Also das geht jetzt momentan nicht. Müssen wir so ein Fenster aufmachen mit... Ja, das wird irgendwie nicht übertragen. Wow. Dankeschön, liebe alte Geh. Wie sein, dass sie das so schlecht einstellbar macht. Also gemacht hat das. Ja. Ich kann es nicht übertragen richtig. Ähm. Hartz 4 wenigstens. Ja. Es ist einfach kein... Dann starte ich das noch mal kurz nach das Game. Mit einem erzwungenen Windows Modus. Und das geht. Ich hoffe, es sehen wir es. Ähm. Wo habe ich die Command... Es gibt nämlich Command Steam Befehle. Popup Windows. Äh. Der Buffet. Ähm. Ja. Lokomotion. Da oben. Klar. Start Optionen. Eieieiei. Wenn man alte Spiele spielen möchte, dann sollten sie geupgradet sein. Neue Standards. Ähm. Ah, hier. Hä, ist ja gestartet. Hm. Funktioniert nicht. Also. Oh. Also ich kann es auch nicht gut übertragen. Scheinbar. Ja. Und die Mauser ist anders. Geht's noch? Nur Black Screen. Haha. Ja, die Spiele schlecht laufen. Ihr habt einfach da rechts noch Stream Hintergrund. Okay. Ja, gut. Die Musik ist leider auch lauter. Geht's auch nicht. Ah. Erzwungenermaßen schlecht. Ja, gut. Ah. Ja, ich tue jetzt mal, äh, ja, Stream mal wieder beenden. Ich überleg mir noch, was ich streamen soll, aber wahrscheinlich. Ja, Force Horizon hat auch Updates, hat alles Updates. Warhammer ist verbuggt. Das lässt mich überhaupt nicht spielen, ja. Albion Online. Genau, Ghost Hook und Wildlands vielleicht dann irgendwann mal wieder beginnen. Im Singleplayer vielleicht. Und sonst, ja. Bin ich einfach momentan einfach zu müde. Also ich habe jetzt so viel Sport wieder gemacht. Bin einfach zu müde zum Stream. Äh, dann noch ständig mit den anderen. Dann den Server aufzumachen. Auch noch den Minecraft-Server. Mal schauen, ob ich dann morgen einfach wieder ein bisschen Jamming zu Brecken spiele. Und ein bisschen Minecraft baue, wenn ich genug fit bin. Ich denke, morgen werde ich fit sein. Und, ja. Es will mich halt nur 27 Minuten, aber. Ja. Ja. Die Games machen mir einen Strich durch die Richtung, die ich eigentlich spielen würde. Aber gut. Einfach im Discord fragen, ob ich irgendwas spielen soll. Ähm. Ja. Ich denke, morgen Abend werde ich wieder ein bisschen Roblox spielen, denke ich. Mal gucken. Ja. Bis dann. Und, ja. Ich erhole mich jetzt erstmal. Ich bin halt wirklich lange weg gewesen. Und bin einfach zu müde. Tut mir leid. Tschüss. Mann. Irgendwas. Am besten mal auf denARD. Wie viel Yckle ist eigentlich heute wirklich großartiger. Nee, glazen Sie im Auf Royal-Element. Und dann habe ich eine Bartirsin einen Re unfamiliar.